Was läuft denn heute alles so wieder in der Glotze? Ich bin schon groß und wir kommen noch ein Spiel mit mir! Uh, Kaju! Heute war Kaju auf dem Weg zur Anti-Drogen-Disco am Frankfurter Bahnhof. Anti-Drogen-Disco in Frankfurt, das macht doch gar keinen Sinn! Wow, läuft hier coole Musik! Hallo Leo, ich bin's, Kaju, hallo! Mann, Leo ist so ein 31er, seitdem der mit den coolen Kids abfängt, ignoriert er mich. Mann, dafür verprüge ich ihn morgen in der Schule und seine Mutter auch! Mann, ey! Kaju war total sauer auf Leo, weil er lieber mit den coolen Kids puffen wollte, anstatt mit Kaju zu reden. Alter, Leo ist so ein 31er. Ey, Süßer, willst du ein bisschen rumknutschen? Nein, verschwinde, du blöde Kuh! Ich will noch keine Freundin, jetzt hau ab, sonst sage ich das meiner Mama und meinem Papa! Kaju war total sauer, weil er keinen Bock hatte, mit dieser Frau rumzuknutschen.